Ja hallo, ist die Wani. Hi, hier ist die Orbit von Nice. Ja, heute zeigen wir euch im nächsten Teil die Farbe Wegbraun. Da seht ihr auch ganz interessante Sachen. Sehr gute Stoffe, sehr gutes Gewebe, sehr gute Strickarten. Man hat nicht alles. Die sollen mal rein. Hochwertige Qualitäten zu Dumpingpreisen, wie man sagt. Also richtig gute Preise, kann man sagen. Speziell für euch. Die Größen, alles ist gemischt und die Farbe Beigebraun fangen wir jetzt mit an, denn die Ware kommt auch aus Italien. Das haben wir auch alle zu sagen. Für die Dumpingpreise ist auch ganz hochwertige Qualitäten. Okay. Ja, hier habt ihr auch einen ganz tollen Anzug. Also das heißt ein Bläser mit einer Hose. Die Hose ist so ein bisschen leckend schwer geschnitten, das heißt hier oben ein Hedermitzug. Hier unten seht ihr die Payette nochmal extra bearbeitet. Die Hose ist etwas satiniert. Miss Missy Missy ist das Modell. Also ist auch ein ganz tolles Modell, ein absoluter Hingucker, das weiß auslaufen mit dem schwarzen nochmal. Dazu haben wir gewählt, dass es diesen passenden Bläser. Der Bläser ist hier oben auch noch mit dem Leopardenbuck. Die anderen Seite auch nochmal sehr hochwertig. Ist auch satiniert, also wirklich schön glänzendes Material. Jetzt kommt der Klo im Rückhand. Von Missy. Also hier der absolute Hammer. Der Tiger, also hier mehr der Leopard, ist hier unten oben. Nochmal die Augen, also das ganze Gesicht von dem ist total bearbeitet nochmal mit Nieten. Also ist wirklich ein absoluter Hammer-Eisterstyle. Auch hier nochmal. Ja, also der Rücken ist total cool. Der ganze Anzug finde ich cool. Wenn man das im Ganzen so sieht, sieht das optimal toll aus. Ja, die Hose, die kommt 29,90 € und der Bläser mit dieser tollen Applikationen kommt 69,90 €. Das ist eine schöne Tasche, die Größen sind da von Größe S bis Größe XL. Dazu haben wir ein ausgefeiltes Taschengerät. Im Herzforn, was ein bisschen was verspielter ist, wie ihr seht. Und das geht jetzt mal runter. Und die Seite auch nochmal, mit dem Reisverschluss. Und hier oben auch nochmal mit einem sehr langen Reisverschluss gearbeitet. Die Tasche hat auch, das ist auch eine sehr hochwertige Markenbar, die kommt 49,90 €. Aber auch eine sehr, 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 sehr hochwertige Arbeit, wie ihr auch seht, hier nochmal so Innenfächer drin. Ein größeres und ein kleineres, auch hier auf der Seite. In der Mitte nochmal ein Fach mit Reisverschluss. Und dazu nochmal ein Bändchen, so ein Armbrot, damit man die Tasche auch über die Schulter lang tragen kann. Also wirklich ein absoluter Hingruppe, das ist ein Einzelstück auch hier. Von 49,90 € könnte die Tasche werden. Das sieht ja sehr schön aus, der Stern, oder? Star of Diamonds, würde ich sagen. Ja, das ist auch ein ganz tolles T-Shirt. Richtig schön sportlich geschnitten, aber hat auch was, ne? So ein absoluter Hingucker. Ist auch eine Einheitsgröße, aber diesmal ist die Einheitsgröße, wenn man sieht, etwas figurbetont. Das würde ich sagen, von größter S bis größter M. Dieses Teil kommt 24,50 €, auch eine sehr gute Qualität aus Italien. Sehr fein gearbeitet, die Streckart, also richtig schön, aber da ist formbeständig. Ja, und dazu haben wir jetzt passend auch diese Leorose. Diese Hose hat hier vorne zwei Taschen, der Rest allerdings, und hier unten nochmal so Cargotaschen. Diese Hose, wie die sieht, sieht auch super toll aus, wird ja auch hier vorne gebunden. Ist richtig eine bequeme, speugliche Hose, die man auch wirklich in der Freizeit sehr gut tragen kann, oder auch mal für den Urlaub man braucht, ne? Ja, diese Hose haben wir los. Die Hose auf die Baumwolle, in der Einheitsgröße, kommt 29 Euro. Ich würde sagen, die Hose kann man auch gut im Garten tragen. Ja, überall, ja, in jeder Freizeit, man ist immer damit gut angezogen. Oder wenn dir jetzt mal so ein Schwimmbad geht, oder so, zack. Ja, so im eigenen Fall, in jeder Freizeit. Ja, City-like Hose kann man die auch dann nicht anziehen, ne? Also für 29 Euro könnt ihr gerne die Hose erwerben und für 24,50 Euro das T-Shirt. Ah, was haben wir hier schönes? Also hier haben wir ein T-Shirt, also ein Longshirt, auch für ganz edle Qualität. Und jetzt erhoben wir den Firma, Markenfirma, aus Signalien. Dieses T-Shirt hat auch hier eine Seite mit einer kleinen Schlitzel, damit das auch richtig schön fällt. Das ist auch ein leichtes Schiffern, ist das T-Shirt. Ah, okay. Also es ist auch richtig schön hautangenehm. Wir brauchen auch einen super Druck, einen sehr flachen Druck, wie ihr seht. Dieses T-Shirt ist eine Einheitsgröße, also man kann es gut tragen, von S bis XL kann man das ganz toll tragen. Ja, eine gute Markenqualität, aus Italien. Und es kommt im Angebot 9,20,90 Euro, aber das ist jetzt wirklich ein Angebotpreis. Dazu haben wir passend diese Hose, die schreckliche Hose wieder, mit Gummizuck. Und die Seite Taschen, oben noch mal eine kleine Tasche, wo man ein Handy, wer sowas fein tun kann. Diese Hose ist auch richtig super bearbeitet, auch ein sehr guter amenehmer Stock wieder. Der kommt auch, 29,90 Euro, kommt auch aus Italien, wie die anderen Sachen da auch. Und die 9,80 Euro hättet ihr einen super tollen Zweiteil. Die anderen Seite mit Streifen und auch ein bisschen. Ja, bei dieser Thema ist es mit Streifen, genau. Sieht ihr euch nochmal in Smogstreifen. Also ist super gearbeitet, also eine schöne sportliche Hose. Ja, hast du dann schon einen Pulli, oder? Ist er ein Pulli? Ist ein Pulli, ne? Ja, ist ein Pulli, ne? Ein sehr schöner sportlicher Pulli, auch wieder sehr fein gearbeitet. Sieht auch super schön, auch wie auf der Hose aus. Ja, dieser Pulli ist auch eine Fiskose-Mischung. Also wie gesagt, richtig fein gearbeitet von der Strickart her. Auch sehr hochwertig gearbeitet, hier vorne nochmal ein bisschen. Ein kleines Stern ist ja als Unterbrechung eingearbeitet. Ne, ich habe den Pulli nochmal so diesen rechten Touch hier oben auch nochmal. Da ist auch nicht, kein Rund-Ausschnitt, sondern ein bisschen Atlas-Ausschnitt angedeutet. Ja, dieser Pulli, der aus Italien kommt, kommt 29 Euro. Also ist auch ein ganz guter Preis, finde ich, ein fairer Preis. Sieht auch super schick aus, ist eine Einheitsgröße. Ich würde sagen, bis Größe L, XL kann man den Hut tragen. Das ist auch ein sehr schicker Pulli, auch wieder. Der ist auch eine ganz gute Markenfirma. Der kommt auch aus Italien, wie die anderen Sachen auch immer kommen. Ich will jetzt noch herzen. Gut, das hier ist auch eine sehr leichte Struktur, also für den Sommer optimalen und auch so für rübergehend, auch in die Herbst-, Quatsch, in die Frühjahrszeit rein. Passt sich der Pullover auch sehr gut an. Wie die Lauf sieht der, sieht auch sehr hübsch auch hier, auch diese sportliche Hose aus. Den kann man mal ein bisschen sportlich tragen, den kann man mal ein bisschen schicker tragen. Die ist eine Piskose-Baumwollmischung, ist auch eine Einheitsgröße, ja auch mit sehr hochwerten Druck, wie ihr seht. Hier oben nochmal ein bisschen ablaufend und im Rücken ist er dann zum Teil, bis hier ist er beige und der Rest dann auch wieder cremefarbig. Man kann das ja mal richtig sehen. Ich gehe jetzt mal auf der Seite. Ups, er ist so cremefarbig. Sein Löffel ist immer das Herzchen. Also viele kennen das an diesem Pullover, wie die Barke kennt, er kennt ihn auch direkt. Ja, dieser Pulli hier, der sehr hochwertig ausgestritten ist, der kommt 39 Euro hoch. Also 39 Euro auf den Superpulli. Auch hier haben wir nochmal ein schönes Long Shirt, das hat man eben auch schon mal in der anderen Farbe gehabt, in einem helleren Ton, also in dem Farbe hellbeige. Ja, dieses Long Shirt kommt 24,50 Euro, viel braucht man nicht so sagen, weil das hatte ich ja schon geschrieben, also das ist eine Piskose-Mischung, das ist ein super Aufdruck. Das ist ein sehr schöner Pulli. Ja, ein schönes T-Shirt ist das auch hier, so ein Long Shirt, für 24,90 Euro. Wir machen auch nochmal ein super Druck wieder, also richtig schön rauslaufend, auch wenn wir die Farben spielen. So, nochmal, wie hört sich das denn? Ja, das ist ein sehr interessantes T-Shirt, finde ich, so von dieser ganze Markheit her. Ja, dieses T-Shirt wird auch zu teilen, auch eine gute Markenfirma, für 24,90 Euro, ist eine Einheitsgröße. Das ist aber auch super zu der Hose schon wieder. Ja, also die Hose, die Schworthose, die wir ja vorhin schon mal geschrieben haben, also da passt wirklich, ne, ob sie beige oder braun, ne, also da passen unheimlich viele Farben drauf, also die harmoniert unwahrscheinlich gut damit. Ja, genau, das ist doch, das ist auch eine sehr schicke, ach sorry, so schön kombinieren. Ja, das ist doch auch gut gekommen, ich denke. Ja, also für 24,90 Euro, könnte das T-Shirt haben. Ja, hier habt ihr auch ein Big Shirt, also das heißt, ein Schirt in großen Größen ist das hier, das ist auch eine ganz gute Markenfirma. Sehr hautangenehm, richtig schön weich, angenehm zu tragen, auf der Haut ist auch ein ganz guter Farbdruck, also ein sehr guter Drucktauf. Mhm, das ist richtig schön klar gedruckt, ja, auch im Rücken genauso gedruckt, also er ist teils doppelseitig gedruckt. Ja, und, äh, dieses Shirt kann man auch als Tunikersatz tragen, ne, also wie das verhält, ne, ein bisschen ein Shirt, kann auch 2 in 1 sein, hat hier nochmal, auf der Brusttasche, ist nochmal mit Pailletten bearbeitet, wie ihr seht, also sieht echt super schick aus, man kann es lange noch ganz kurz tragen, wir haben die Seite nochmal durch den Riegel. Ja, das Big Shirt kommt 39 Euro, eine sehr hochwertige Markenfirma aus Italien, und hier in den Rücken kann es auch nochmal zeigen, er hat das auch noch mal gedruckt, also es ist wirklich ein super Shirt. Wow, das ist auch ein ganz tolles Shirt, ne, das ist schon ein bisschen so ein Pulli-Shirt, so 2 in 1, weil das von der Struktur her, ja, also ein bisschen anders gearbeitet, fester gearbeitet, ja, aber ich habe auch einen tollen Finder dran, ist mir die Sterne hier vorne, und auch hier nochmal das Ganze mit Nieten bearbeitet, auch hier nochmal die 2, ist auch, also ist wirklich ein Top-Shirt, finde ich, das ist auch eine gute Markenfirma, ist eine sehr hochwertige Markenfirma aus Italien. Dieses Shirt ist eine Einheitsgröße, sehr hautangenehm, fällt auch gut aus, bis Größe 44 kann man das gut tragen, hinten ist Teil bedruckt, ja, das Shirt kommt 39 Euro, also ist, wie gesagt, so ein Blattie-Shirt, ist aber auch ein totaler Blickfang, ne, das ist auch gut, ne, auch hier unten mit den Norex-Fällen, und auch hier das Ganze, in diesem Rucks ist ein kompletter Blickfang, passt auch sehr gut zu der Sporthose, auch wieder, ne, also, ja, also, ja, also für 39 Euro habt ihr ein super tolles Shirt. Das ist auch ein Big Shirt, hier vorne auch in zwei Taschen, nochmal mit Norex gezogen, und oben auch nochmal in Deutsch. Ja, dieses Big Shirt, sagt sich schon, ein Big Shirt, fällt sehr gut aus, also kann man gut bis XLXXXL tragen, hat nämlich auch eine Länge, weil nicht so ganz lange, es sind nur kleine Frauen, ja, nicht nur große Frauen, weil dieses Shirt ist auch wieder ein sehr feines Gewebe, also das heißt, eine gute Fiskose-Mischung, kommt 24,50, und für 24,50 muss ich sagen, ist das ein super Short. Ja, hier haben wir auch nochmal die Ballonbluse, die hatten wir auch eben schon in anderen Farben gesehen, also gibt es auch in mehreren Farben hier, also hier unten Ballonbluse, sage ich nur ganz kurz, weil die auch so ballonartig fällt, ne, da sieht man hier an diesem, einen arbeitenden Stoff, mit passenden Sketchchen, dann kommt diese Fiskose-Ballonbluse, 24,50, und ist auch eine Einheitsgröße. Ja, hier siehst du ein Tuniker, ist auch sehr schöner Druck hier nochmal, noch gestickt, hat es so schön reingesteckt, also ist auch sehr, und das Style ist so ein bisschen gearbeitet, so ein bisschen Epi-Zeit erinnert mich das, man kann das auch so tragen, einfach mal so frecher als Carmen, ja, ja, dieses Teil ist das Baumbolle, ist auch eine Einheitsgröße, ja, so gut bis L kann man es tragen, kommt 24,50, und kommt auch aus Italien. Ja, hier haben wir eine Bluse, mit einem Tuch drauf, und dann wird das Ganze, das Ganze, das Ganze, das Ganze, was man dann auch mal machen kann, mit dem Blut, und dann einfach mal als Scherbe nehmen, ne, wenn du das nicht so weit tragen möchtest, also das Näh, das ist mir zu weit, dann mache ich einfach mal einen Knoten rein, und trage die Bluse dann das Palette an. Ja, genau, hier kannst du zwei in einem tragen. Wenn du die Bluse willst, ist das regelartiges Material, sie, wie gesagt, Long-Bluse, Big Shot, wie ist das, indirekt, kommt jetzt 29 Euro, ja, kommt auch aus Italien. So, ich hoffe, es hat euch gefallen, es war auch einiges für euch dabei, hoffentlich war es dabei. Und was? Also dieses T-Shirt oder Pullover mit diesem Stern und mit der Zweite, das sah total cool aus. Ah, das T-Shirt, das Long-Shirt, ne, das ist ganz feine hochwertige Material, das ist für 39 Euro, ja, das ist ein totaler Hingucker. Auch, dass mir, äh, die Hose mit so ähnlich aussieht wie ein Puma, also das hat mir auch sehr gut gefallen. Die Leoparden-Hose. Also, du meinst die Leoparden-Hose, die auch oben zum Hinten war, diese Eich-Jogging, ne, so ein Eich-Jogging-Effekt, ne. Ja, die sieht auch ganz toll aus, da kann man ja auch vieles drauf tragen nennen, ne. Wir haben hier auch, weil jetzt eben mit dieser Hose, mit der Smok-Streifen an der Seite. Ja, mit den Streifen konnte man auch, da kann man auch sehr viele Teile drauf tragen, ne, die passt sich auch inhaltlich gut an, ne, bei jedem Pulli, bei jedem T-Shirt. Ob jetzt, äh, ob das ein elegantes Teil oder ein sportliches Teil, also die Hose hat, die Hose hat wirklich etwas, was man auch tragen kann. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Ja. Und sonst? Ja. Was denn? Was denn? Ja. Ja. Ja, sonst alles super. Hat dir auch Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Ja. Das reicht mir. So konnte ich selber mal wieder reingucken und was mir gefällt, so, okay, so, super. Informieren. Ja. Ja. Ja, und so könnt ihr euch dann auch mal hier, einfach mal hier vorbeikommen auf der Bergisch-Klappbauer Straße 576 in Köln-Hullweil. Ja. Kommt einfach mal rüber, probiert einfach mal an, schaut euch, informiert euch einfach mal hier. Ganz unverbindlich kann man das, also das Programm ist sehr, sehr groß, ist ja nicht nur Bekleidung, wir haben auch Badesachen, wir haben auch andere Detailschuhe und so. Ihr könnt euch einfach mal hier informieren, einfach mal durchdürbern, wenn ihr mal Langeweile habt, kann man das auch mal so. Wie lange hast du denn auf, wie lange hast du denn auf? Ja, also ich bin da vom Montag bis Freitag von 10 bis 18.30 Uhr und dann bin ich dann nochmal da von Samstag von 10 bis 14 Uhr. Ihr könnt mich auch anrufen unter die 0221 29 77 375. Wenn ihr Fragen habt, bin ich gerne bereit, euch jede Frage zu beantworten. Natürlich könnt ihr auch, senden wir auch zu, wenn ihr sagt, okay, das und das gefällt mir und die Größe braucht ihr. Kein Problem, in zwei Tagen ist die Ware bei euch. Ja, also es ist alles. Da ist doch was. Wir machen keine per Nachnahme, weil ich schon eine schlechte Erfahrung gemacht habe, muss ich dazu sagen. Also ich mache ihn, wenn auf Vorkasse. Sobald das Geld im Konto ist, ist direkt die Ware draus. Sieht bei euch zu Hause. Das sieht hier ratzfatz. Gut, dann würde ich mal sagen, bis denn. Es wird sowieso noch weiter gedreht, wir sind noch nicht ganz fertig. Wir haben noch einiges zu drehen. Das seht ihr in dem nächsten Film. Ja, dann würde ich mal sagen, bis denn noch mal. Liken nicht vergessen. Abonnieren nicht vergessen. Teil nicht vergessen. Richtig. Ja. Also macht hin. Tschaui. Tschö. Tschaui. Jsgen.